Liebe Zuschauer des Deutschlandkurs, eigentlich wollte ich den Skandal um das Flugblatt, das Hubert Aiwanger, der Chef der Freien, weder vor 35 Jahren als Penela an seiner Schule verteilt haben soll, nicht kommentieren, denn es handelt sich dabei um ein typisches Pseudothema der Mainstream-Medien. Dass das Ganze aber jetzt in die gefühlt 12. Runde geht und absurde Ausmaße annimmt, will ich doch etwas dazu sagen. Ja, was war geschehen? Oder besser gesagt, was soll geschehen sein? Hubert Aiwanger oder sein Bruder, man weiß es nicht genau, soll ein Flugblatt verteilt haben, in dem die Vaterlandsverräter zu einem bizarren Vaterlandsverräter-Wettbewerb aufgerufen wurden. Sie sollten sich melden im KZ Dachau und der Hauptpreis für den größten Vaterlandsverräter dann wäre ein Freiflug durch den Schornstein von Auschwitz. Was soll man zu einem Schwachsinn sagen? Das ist der typische Unsinn, wie ihn unreife Hirne hervorbringen, auch unappetitlich in der verklemmten Bezugnahme auf die NS-Vergangenheit. Aber das war damals in diesen ländlichen Gegenden in Bayern auch noch weiter verbreitet als heute. Und alles in allem eine Jugendsünde. Man kann es ihm nicht mehr nachtragen. Sein Hirn war noch nicht reif, er war noch nicht reif, er kann nicht zur Verantwortung gezogen werden dafür. Das eigentliche Problem scheint mir eher, dass daraus ein Skandal gemacht wird. Also nicht das Flugblatt ist das Problem, sondern das Problem ist, dass 78 Jahre nach Zusammenbruch des NS-Staates die NS-Hysterie immer stärker wird und solche Ausmasse annimmt, dass man jetzt sogar solche Jugendsünden nachträgt. So, aber auch darauf will ich jetzt gar nicht näher eingehen, das ist ein anderes Thema. Denn das Hauptproblem mit den Freien Wählern und das hier gar nie zur Sprache kam, das ist das Programm der Freien Wähler, ihr politisches Handeln, ihr erklärtes politisches Handeln. Ich habe mir dieses Programm angeschaut. Die Freien Wähler kokettieren nämlich immer so ein bisschen damit, ja auch wie die AfD eine Alternative zu sein, aber eben eine etwas gemäßigtere Alternative. Ich habe mir jetzt das Programm angeschaut und ich muss euch sagen, sie sind noch viel weniger Alternative, als ich das gedacht habe. In diesem Programm, das übrigens schön gegendert ist mit Sternchen, also Bürgersternchen innen und so, bekennen sie sich zur Inklusion, sie bekennen sich zur Klimaagenda, ja sie wollen Klimaneutralität bis 2050, sie bekennen sich zur Pariser Klimakonferenz, sie haben auch in der Einwanderungspolitik nichts Neues zu bieten, sie wollen das kanadische Modell. Ja, liebe Freunde, da sind wir von der AfD schon längst drüber hinweg. Wir haben nämlich herausgefunden, dass Kanada ein hochproblematischer Multikulti-Staat ist und sind deshalb jetzt beim australischen und beim japanischen Einwanderungsmodell. Im Übrigen wollen sie auch Bleiberecht für Flüchtlinge, die in irgendwelchen Ausbildungsverhältnissen stecken. Also das erinnert mich an die Forderungen, die die Linke im Landtag von Sachsen-Anhalt immer erhebt. Lange Rede, kurzer Sinn, mit den Freien Wählern bekommt ihr keine weichgespülte AfD, sondern ihr bekommt mit den Freien Wählern eine weichgespülte grüne Partei. Und das ist das eigentlich Gefährliche und wirklich Gefährliche an dieser politischen Kraft, dass Wähler irregeführt werden, dass die Bürger, die unzufrieden sind, aber sie aus irgendwelchen Gründen, falschen Gründen, scheuen AfD zu wählen und dann Freien Wähler wählen, dass die nicht das bekommen, was sie denken. Sie würden es bekommen. Das ist das Problem, das aber nie zur Sprache kommt, vielleicht sogar verdeckt werden soll durch diesen Skandal. Und daher kenne ich dann doch eine gewisse strukturelle Parallele zwischen diesem Flugblatt und zwischen dem Programm der Freien Wähler. Das Verbindende nämlich, das ist die politische Impotenz. Denn genau dieses depperte Flugblatt, wie auch das Programm der Freien Wähler, sind politisch zeugungsunfähig. Wir brauchen weder eine verklemmte Hitler-Verehrung, noch brauchen wir das Larifari des Freien Wähler-Programms. Und was wir brauchen, das ist ein offenes und ehrliches, neues, rechtes Bewusstsein, dass das Interesse der deutschen Bürger, das deutsches Interesse gegen die Globalisten verteidigt, gegen die verschiedenen Agenden, die von den Globalisten durchgesetzt werden, gegen die Klimaagenda, gegen die Migrationsagenda, gegen die Regenbogenagenda. Das brauchen wir. Und das haben die Freien Wähler nicht zu bieten. Das hat nur die AfD zu bieten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 diesem Rahmen